Ja, dann, Leute, was glaubt ihr, wer wird gewinnen? Oh, die Map ist sogar gut für den Boxer. Ich glaub, ich seh die Chance da echt sehr, sehr gut für den Boxer. Ich glaub, die Map ist sogar gut für beide, sogar. Leute, das Finale. Let's go. Oh mein Gott. Okay. Ja. Oh, let's go. 1-9. Ja, ich kann eh nichts tun, Digga. Sehst du das? Oh nein, nein. Ja. Oh mein Gott. Wird spannend jetzt, wird spannend. Jetzt ist es wirklich spannend. Ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und. Oh. Nein. Nein. Let's go. Let's go. Let's go. Der Boxer ist. Nein, Digga. Gewinner. Oh mein Gott, Digga. WCF. Krank. Die XXL Brawler WM, Leute, geht tatsächlich an den Boxer.